hallo zusammen willkommen zurück bei fallout new vegas so veronika ist verschwunden sie ist einfach weg ich weiß nicht wo sie ist wo sind das mädel ach so liegt sie nicht immer noch k.o. in der gegend rum das kann natürlich auch sein ich bin mir gerade nicht mehr sicher ich meine die wurde das letzte mal von der todeskralle ja ziemlich mitgenommen das kann sein sicher bin ich mir allerdings nicht okay gut egal ich weiß jetzt ungefähr wo die die panlager nur weg nicht schon immer dahin ich weiß es nämlich wo ich das gewehr herkriege wo ich dass ich haben wollte hier den ratten töter d dafür muss ich jetzt mal in die höhle in die ist sie noch mal etwas mit blumen blumen höhle hat er ist ja so was mir immer ganz kurz gucken falsch richtung ich trottel da geht's lang so irgendwo diese richtung also rennen geht nicht das präge ich kann ich mir auch nicht einprägen dass man in vorlauten hier weg ist nicht rennen kann so auf jeden fall irgendwo in diese richtung müsse die höhle sein die ich suche bist du böse ich weiß es nicht ich lasse die flinte mal draußen vorsichtshalber naja oder auch nicht soll mal gucken irgendwo müsste doch bald mal hier so ein kleines dreieck auf der karte auf dem kompass aufkloppen dann müsste ich eigentlich richtig sein ich weiß man den ganzen ganzen schlecht gelockten vielchen vorbei hier wird nicht schon zu weit tritt wieder empfiegt aber es geht ja gar nicht da da genau das habe ich gesucht na komm schon so jetzt das sieht gut aus das sieht gut aus das heißt hier finden da muss ich jetzt theoretisch das finden was ich suche soll man nicht mal gucken ist noch den eingang finden wenn ich richtig ja ich bin richtig alter es erkennt man gar nicht dass da wasser jetzt erkennt man es komisch ja da genau hier ha okay als interessant cool ja genau rockblumenhöhle da muss ich hin wir haben es gefunden was wieso 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 was habe ich verpasst oh nein hier war irgendwas was ich hätte sehen können oder sehen kann ich habe es noch nicht wo denn echt jetzt ich habe es nicht gesehen wieso nicht verdammt schade ist das hier nee naja egal wir suchen jetzt das gewehr den ratten töter ja da kommen bestimmt noch mehr alles glärchen na tot dann die frage wo war denn das ich kann mich nicht mehr so genau daran erinnern das ist noch eine ratte es war knapp also noch so viel so auf die rübe ich versuche mal immerhin da fliegt der kopf weg jawoll veronica jetzt drauf hat sie einfach eins auf die fresse gegeben und passt schon spring nochmal so irgendwo da oben genau scheiße muss ich jetzt rück ja doch da geht es lang aber noch andere waffen dabei okay jetzt das aus ja genau nimm mal den so jetzt muss ich irgendwo geht es doch hier lang na ich weiß nicht ob ich jetzt richtig bin ich habe keinen schimmer ich denke immer noch falsch aus komisch 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 wieso hakelt denn das so komisch jawoll okay ich glaube nicht nur noch eine andere waffe naja dann haben wir das lasergewehr dafür haben wenigstens ein bisschen mehr munition naja doch ich glaube ich bin richtig ich bin richtig geht es dir gut ich hoffe geht es gut so hier da habe ich gefunden sonst ist das hier mitnehmen aber sonst irgendwas auch ja railway sehr schön nur blue paket simpacks das ist man sogar brauchen kann das ganz schön dunkel hier so ganz kurz gucken hier genau waffen wo ist er denn da wenn wir gleich mal reparieren das ding so und wo rüst ich den jetzt aus auf drei genau super sache wenn ich mal ein gewehr was bisschen mehr schaden macht so was ist das hier noch cat eye nehmen wir natürlich mit den anzubrauten brauche ich nicht unbedingt oder ich habe ich habe ja schon auch guck mal was hier alles leer ich habe ja schon so einen anzug wenn mich nicht alles täuscht so mal gucken wir haben wir noch zufällig irgendwo eine ratte aber ich habe jetzt was ich wollte das ist schon mal die hauptsache und zwar den ratten töter hippie aje so geht es noch mal raus ich glaube hier so ist gar nicht so einfach hier den ausgang wieder zu finden ja hier ich glaube hier lang naja tatsächlich sehr gut sehr gut ja endlich die vernünftige bumme geil super sache sogar mit nachts sicht perfekt ok dann kann ich ja wieder so weit waren wir schon nicht schlecht ok kommen wir gucken was wir als noch als aufgaben hoffen meine aufgaben hatten gefangenen retten das war wo weltkarte hier dann machen wir das doch ist ja gleich in der hier gleich nebenan können wir das den doch gleich mal testen müssen das lager da hinten ja genau machen wir das soll ich sie gleich mit abknallen wir halten die lüft nicht an muss mich hinknien was war das denn hallo ja beim dritten mal hat es geklappt jetzt sind sie böse na du auch noch jawoll ich mag kann ich sowieso nicht leiden die idioten wie sie sie immer mit dem blöden kostüm rumrennen was sind wir denn hier sind nicht im alten rom aufbereitet ja aufbereitetes wasser wurf spere kommen wir darauf die machete brauchen wir nicht das wasser kann ich mitnehmen tatsächlich wo die machen nehme ich mal mit die gefangenen retten wo sind sie denn nach da oben versucht nur hier ärger anzuzetteln jetzt habe ich aber angst jetzt habe ich aber angst du gehörst an ein kreuz degenerierter wir bewegen uns nicht bevor es totes meer befiehlt ok da werde ich ein bisschen nachhelfen verhasst es mir wurscht was ist da hinten los so warte mal irgendwo ist noch einer ok egal sonst ist das brille kiste hat hier leer brauche ich nicht so was hast du gefallen ist hast du irgendwas für mich heilpulver nehme ich natürlich mit nehme ich auch mit veronikas bewusstlos um himmels willen das ist nicht gut dann nicht den rumpf nein nicht den gott treffe ich das überhaupt ja gott sei dank ja gott sei dank hat er den gefangenen hier um genietet toll was nachtpirscher blut freue ich nicht so befreien wir den kumpel auch noch ihn losbinden ciao mag man patrone cowboy repetierer mit kronkorken aufbreitetes wasser halb pulver so haben wir sich fest erfüllt oder wie sieht es aus scheint so her ist weg ding 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 das ist auch da oben ja ist auch da oben sagen wir hier verlassener bruderschaftsbunker können wir gelingen auch noch hin weil es will ich mal sagen wir heute 11 handelsposten ranger unter schlupf boulder city akzeptiert ok komm gelände da da haben wir noch gar nicht da sind wir akzeptiert gott springs ranger unter schlupfen doch noch mal hier rein aber die kaminrote karavane ok ja das kann man bei gelingen dann auch machen nee das ist alles dlc zeug ja dann dann ja ab dafür gehen wir dahin so sind wir hier jetzt kann ich gleich mal gucken wo die ganzen waffen noch reparieren die ich jetzt noch so rum eiern habe körper repatriere dienst zum beispiel sagt sagt ich habe viel zu viele waffen mit mir rum 44 merken und ist natürlich besser wenn wir die mitte bis heute okay das auch nicht nicht übel dienst gewehr das kann ich könnte ja nicht mal zurücklassen kampfgewehr laser gewehr den ratten tüter den gebe ich auf jeden fall nicht mehr das stoß stammenschwell kann ich auch mal verkaufen verwitterte pistole brauche ich auch nicht kann theoretisch alles weg so haben wir sehen camp mccarran ist ein traum im vergleich zu hier zwei minuten in der einschienenbahn und schon ist man auf dem strip so mal gucken was ja der brusche und mal was vernünftiges mit haben sie gesehen was so ein spezialgewehr mit einer todeskralle anrichten kann ja ja habe ich nicht gelaufen sie immer noch hier rum natürlich sehen wir mal was es im angebot gibt schauen sie sich um mache ich wenn wir erst mal paar sachen los zum beispiel wieder hier die brauche ich nicht unbedingt ja komm weg damit zehn millimeter pistole das heißt ja bewiesen der schadenswert 14 11 dienst gewehr ganz schön viel dynamit einschuss flinte fernglas flammen patronen könnte ich nicht mal aufheben das kampfgewehr das ist wirklich gut robuste karawanenflinte okay ich bin geizig stoß stammenschwert das kann man loswerden und die verwitterte pistole auch so jetzt ist der deckel voll dennoch was irgendwas interessantes kleinkalibergewehr nein sturmkarabiner ganz schön teuer dienstgewehr das haben wir ja schon das ding einschuss flinte braucht man nicht denn sonst was dienstgewehr nob jagdgewehr erweitert das magazin ja dafür bräuchte ich erstmal jagdgewehr das habe ich mich auch noch nicht kettensäge munitions kann schon karabiner ok wir könnten munition kaufen was brauche ich den ratten jetzt noch mal ratentäter 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 was er denn hallo ach hier da brauche ich die 56 50er hat er bestimmt irgendwo hat er doch bestimmt irgendwo von 56er kommt schon ja da ist panzer brechend hier da die standard nehmen wir alle ja und kriegen trotzdem noch einen haufen kohle alles klar akzeptieren passt geben sie mir bescheid wenn sie sonst noch etwas brauchen zeit dass ich jetzt später super krass was hier als schusswaffe durchgeht da ist man ja mit steinen besser dran so 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 gibt es hier irgendwelche radiosender vielleicht noch black mountain radio mukave musikradio mysteriöse ausstrahlung ich höre gar nichts und vielleicht daran liegen dass ich das radio ausgemacht habe dann müsste ich es das radio wieder an aktivieren ich habe das ja wegen urheberrechts gedönse habe ich das ja ausgeschaltet glaube ich zumindest ganz kurz gucken audio musik ist komplett aus radio auch damit ist ja nicht jedes mal ärger gibt diese ärger gibt es ja nicht aber wer weiß wer weiß ist mit dem upload filter noch nicht ganz vom tisch ist bin ich das zukunft immer vorsichtiger naja laufen wir erst mal richtung new vegas ich habe irgendwie das gefühl ich habe ganz ein haufen quests noch nicht abgeholt irgendwie ziemlich ziemlich wenig quest wenn wir haben jetzt was ich folge ist das jetzt ich habe ich bin kein schimmer aber wir sind schon recht früh in new vegas bald und geht jetzt der voller teil dauert auch nicht so lange wie jetzt vorlauf jeder voller 3 irgendwie zieht man den hier schnell durch nur die schaum gucken ok naja einfach mal zu laufen wir werden noch genug zu tun haben hier so ist ja nicht ist ja nicht so dass ich jetzt zwei folgen wieder fertig bin so was haben wir denn jetzt was ist das denn raschete die kann ich mich auch nicht erinnern ganz ehrlich aber ja ist auch wie gesagt schon eine ganze weile her die kaminrote karawanen kaminrote karawanen so sind wir jetzt auch gleich können wir da mal gucken ach ich glaube dafür stimmt für den ihre quest müssen wir auch nach new vegas rein irgendwas war da und erst dann können wir glaube ich case mitnehmen wenn ich mich zu recht erinnern ist wenn das erledigt wurde und bei den rumsern waren wir auch noch nicht okay da sind wir ja gut da sind auch noch meilenweit entfernt von aber das kommt auch noch so ist denn hier ist die rnk genau da gab es auch wegen irgendwie noch eine quest in dem lager hier und in naja und in new vegas selbst gibt es auch noch einen haufen zu tun also ja wir sind noch eine weile beschäftigt damit ist irgendwas hallo post nee keine post schade schade keine post ja nur was denn das naja new vegas wo warten das wo geht es nicht rein ist ja voll weit weg es ist ja schon bin da schon an new vegas hier ach mein gott ich bin ja völlig die falsche quest ausgewählt ich habe ja hier da das wollte ich machen das da ist trotzdem dieselbe richtung stelle ich gerade fest weltkarte ach ja das ist da vorne ja stimmt genau das war ja auch so weit weg ok dann würde ich jetzt aber mal sagen an der stelle mache ich jetzt hier mal schluss und dann sehen wir uns in der nächsten folge bei fallout new vegas wieder ja ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja lasst mir gerne ein like da und dann bis zum nächsten mal macht's gut und ciao ciao